Ola, Signora, ich hab ein Fehlager gemacht. Er hat noch eine Jagdtrophäe aufgenommen, ne? Ich hab mir die mal angeguckt, umgedreht, und dann kann man sie lösen. Passt mal auf, was man machen kann. Dann hat man den Tierschädel und der passt exakt da rein. Das passt dann auch schon besser hier, muss man sagen. Und Ivole, ich komm raus. Ich guck das mal schon mal vorab für die nächste. Wo könnte noch die andere Maske sein? Wie schön, dass du geboren bist. Deine Mutter hätte ich sonst sehr vermisst. Ja, da sind die Glockenläuten. Einer, 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 einer. Mal gucken, ob irgendwas kommt. Hier rum bricht ich schon. Die Glockenläuten Das ist weg. Die zukünftigen Erbenen des Hauses, die Mitrescu vernichtet? Von einem wie dir? Naja, war das jetzt auch nicht, aber... Naja, also... Hm, da war ein Keller. Achso, ja, das war das, die Info. Da kann ich mich dran erinnern. So, durch hier. So komme ich ungeschollt dann hier vorbei, hoffe ich. Hier war doch der Weinkiller, der sowieso zu war, ne? Hier ist sowieso zu, okay. Hier ist noch was zum Looten. Irgendwo liegt hier was. Es ist mir nicht egal, was aber es könnte auch besser haben. Es könnte auch da sein. Ist der ganze Flur gemeint hier, ne? Ja. Der war jetzt noch nicht gemeint. Ey, das Spiel macht mich manchmal kirre. Ich sehe es einfach nicht. Was will denn gelootet werden? Es ist wieder... Da oben. Ich muss viel mehr an die Decken gucken und sowas. Ach ne. Die leben ja noch, ne? Also, so teils. Ha! Also... Ich muss das mal... Ah ja. Bye. Bye. Servus. Hier sind kleine Kräuter gefunden hier. Auf. Was ist die Maske? Das muss brennen. Neurobomben. Ähm. Aber trotzdem brennt das ja nicht. Wollen wir auf wie hier gedacht, ne? Was ist das? Ich fahr gegen dich nach. Was ist das? Ich fahr gegen dich nach. Was ist das? Wurde sagen, jetzt fehlt doch nicht mehr viel. Da brauche ich keine zwei Schüsse rein. Guckt eine an. Wait a minute. Sehr schön. Pistalfragment. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. So, jetzt kommst du auch noch hierher. Dann, wenn du nicht willst, mach ich so. Komm her hier. Hallo. Hä? Wertrag an ihn. Dann verbrennt er hier was. Schwingen tut das aber auch nicht ganz so, ne? Wie dicht denn noch? Hallo. Jetzt. Dankeschön. Kommen Sie den Flammen an, ist das das Code-Wort für... ...den Sarg. Bitte lass mich jetzt nicht hier den Typen rauskommen. Mit dem Hammer her. Ah, das Auge. Das muss ich in den Ring reinmachen. Oder? Loll. Das Auge guckt mich immer an. Was ist da los? Loll. Wichtiges. Momentan. Sehr wertvoll. Also ich kann ihn verkaufen. Ja, aber... Aber, 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 mehr nicht. Das war's? Das war jetzt die Geschichte hier? Sind wir verarschen? Muss auch noch mehr kommen. Dann muss wieder irgendwo was glänzen. Ihr seht ja, ah, jetzt zählt der ganze Raum hier, ne? Zählt das hier mit dazu? Ja. Ist hier noch irgendwas? Oh, mein Nacken. Da. Jetzt alles? Sehr schön. Die Streckbank, die Streckbank ist die einzige Bank, der ich mich anvertra... Oh. Moin. Servus. Moin. Irgendwer geht hier. Über mir. Das muss die Lady sein. Mutter. Bye. Ich wusste es. Alter, so wie wir schon in die Frise gekriegt haben, dürfte ich nicht mehr mehr ansatzweise leben. Die zukünftigen Erbenen des Hauses, die Mitrescu vernichtet? Was? Da. Da. Da sind die vier. Servus. Willkommen, willkommen. Es gibt einiges Neues zu entdecken. Das ist doch ein Grundsprecher von... Ich habe gerade aufgestockt. Ich kümmer halt nicht auf seinen Namen. Die US-Serie... Ich kümmer halt nicht auf den Namen. Warte, das muss ich jetzt mal. Die US-Serie, wo er den Präsidenten spielt und... Baldwin. Hier hat Baldwin gekauft. Nein, nicht Baldwin. Es ist... House of Cards of America. House of Cards. Es ist House of Cards. Ich kümmer nicht auf seinen Namen gerade. Schreibt es in die Kommentare. Ja! Wahrscheinlich. Ah, Schütte. Sehr wertvoll. Nicht zufrieden? Ich finde, das ist ein fairer Preis. Komm. So. Komm zu mir, wenn du wieder etwas von Wert findest. Gespeichert und gespeichert. Nur wo jetzt? Das ist die liebe Frage. Wo gehen wir jetzt hin? Hm. Was fehlt mir? Da ist ja was zu, das Empfangszüge. Ich geh mal kurz hin. Hier, ne? Hier ist ein Schuh. Der Fahrstuhl. Das ist ein Schuh. Ich muss wahrscheinlich die alle vier aktivieren, ne? Scheiße... Wohin, 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 wohin... Habe ich n'n Dietrich? Geh weg. Habe ich einen Dietrich? Ich habe einen Dietrich. Immer gehen wir jetzt schon mal nicht mehr auf den Sack. So, was kriege ich von meinem Dietrich? Flinken-Munizium. Arsch. Ich dachte, da gibt es Wertvolleres. Da ist ja nicht alles gelootet. Wahrscheinlich glänzt es wieder irgendwo. Da ist sie da links. Oh, der Schatten. Das ist alles kaputt. Wo ist denn jetzt noch die nächste Maske? Wo war ich nicht? Ich gehe in den Hof. Denn der Innenhof ist in den Hof. Hier war ja die erste Maske. Da war ich gerade. Hier sowieso. So. Immer noch nicht alles gelootet. Ach, leck mich doch. Wahrscheinlich auch wieder an der Wand hier irgendeine Münze. Die ist doch schon wieder in meiner Nähe. Ja. Hm. Ich weiß mal gerade, ob sie irgendwo leuchtet. Ich gehe nochmal hinten hin. Mit den Glocken. Gesicht herbig ja. Ja. Lass die fünf Glocken erklingen. Ich habe nur eine. Warte mal. Ist sie jetzt angelockt? Warte mal. Eins, zwei Glocken sind aktiv. Schöne alte Bilder hier. Gemälde. Die sind es. Die Gemälde. Die machen mich geil. Apropos geil. Geil. Das Spiel ist besser als erwartet. So richtig pro Horror geht. Natürlich immer so ein Schrecken meinte. Aber jetzt. Es ist jetzt nicht Jumpscare-technisch. Ein bisschen. Es ist hübsch das Spiel. Es ist jetzt nicht hier. Konzertsaal. Ich habe keine. Ich öle die mit euch. Guck. Und glänzt hier wieder irgendwas? Ich gucke mal nach oben. Han. Ich probleme. Alle. Die sind schön aus den Himmel. Arsch und hier. Okay, ich konnte sie erstmal hier dran binden, ist gut. Ich höre sie doch schon wieder gehen, da hinten. Die Sau, die Graue. Jetzt ist hier nichts mehr zu empfinden, ist gut. Wohin kann ich noch? Überlegen! Wartet mal. 1, 2, 3, 4. Welche Muskel fehlt noch hier? Die mit den 3. Ist auch wieder eine Frauen. Ja, hier sind alles Frauen. Warte, fährt der? Das sieht hier unten noch nix aus. Zum Weinkeller. Maximal, da komm ich ja runter. Da komm ich ja runter. Genau, geht dann da durch. Da waren wir gerade. Haben wir gerade geholt. Huch. Zweites OG. Halle der Trauer. Alles gelootet, sind wir durch. Tiefer geht nicht. Tiefer sinken können wir also schon mal nicht. Hier oben, das ist natürlich sehr... Was ist das? Huch. Speicherpunkt, ne? Ja. Halle der Verzückung. Nichts. Ich mach mal kurz ein Päuschen. Ich geh mal auf Toilette. Überleg mal ganz kurz, wo ich hingehe. Was habe ich übersehen? Vorhin war es ja auch mal ganz kurz. Läuft sneaky. Passt. Ich muss mal zur Seite. Im Speicherraum ist besser. Und... Ja. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.